Moin Leute! Ja, mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3 und heute werde ich mich vor einem Leader eines Clans trennen, weil es einfach Zeit wird, dass ich diesen sozusagen ausradiere. Ein Leader des Booster-Glanes, so wird es auch genannt, Snipehunter84, der ist schon sehr lange drin und ich dachte einfach mal, es ist Zeit, ihn zu löschen, weil er einfach schlechten Einfluss für die ganze Call of Duty-Szene hat. So, schauen wir es uns an. Snipehunter84, der Leader der Hamburger C4-Tiger. Dieser Freund wird gelöscht. Wenn Sie diesen Freund löschen, werden Sie aus den Freundeslisten gelöscht. Möchten Sie das wirklich? Ich will das nicht nur, Leute. Ich mach das auch so. Leute, das war's wieder von eurem YouTube Gamescom. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses Löschen C-Snipehunter84, der Leader der Hamburger C4-Tiger, ist erledigt. Snipehunter, ich kann dir nur noch eins sagen. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Booster-Glan und ich hoffe, du machst die Community noch weiter fertig. Das war natürlich nur ein Spaß. Snipehunter, lass die Scheiße. Mann, warum boostest du? Du bist Leader, du sollst eigentlich ein Vorbild sein, aber trotzdem musst du hier rumcampen, rumboosten und machst natürlich das ganze Spiel kaputt. So, ich hab dich auf einen Fall gelöscht und werde dich auch nie wieder annehmen. Also versuch's gar nicht, werde dich auch gleich blockieren. Und das war's wieder von eurem YouTube Gamescom mit Löschen C-Snipehunter84, der Leader der HC4-Tiger. Und das war's wiederum. Und das war's wiederum. Vielen Dank.